Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead is coming. Wir spielen das zweite Protokolle. Wer hat die Geschenke angefasst? Oh, die Auslöser sind natürlich übel, gegen die Lust zu werden wird interessant. Versuch erst mal. Guck! Wir haben die Wanderung und die Sterbenden bekommen die Angst behindert. Wir haben die Wanderung. Wir haben die Wanderung und die Stimme. Uuuuuhhhhhh Hä? Der ist der Schuss im Hintergrund. Der ist der Schuss im Hintergrund. Der ist der Schuss im Hintergrund. Die Augen sind nicht da. Ich bin nicht da. Ja, ja. Die können nicht ausgelöst werden. Denken auch nicht. Das ist der Schuss im Hintergrund. Ach, das ist der Schuss. Der ein Schuss. Oh, scheinbar hat es nicht geklappt. Wir haben das Verstand vom Unternehmer. Bärchen. Gut, ab. 400 Level. Und dann, schaue ich noch nicht an, die wir kommen in Teamwork. Vergiss nicht, wenn wir... Schaue ich noch nicht an, die wir nachher machen, die wir nachher machen, die wir nachher machen. Oder nein. Oh. Ich war kacke. Ja, ich bin mal weg. Jetzt kannst du die Tickern aber nicht abschmeilen. Monster Kill. Automine. Double Kill. Triple Kill. Mega Kill. Mega Kill. Mega Kill. Double Kill. Triple Kill. Healt. 28 Moves. Schlecht. Wir sind scheiße, aber das ist egal. Darum geht es ja hier gar nicht. 12 Stoppen, 600. Wir haben 28 und 60 fehlt. Ein bisschen 40. Egal. Das war das zweite und letzte Bonus Game. Ja, wir sehen uns dann in Akt 6 wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.